Kommt jetzt hier hin, wo wir alle liegen. Kommt dann auf mich zu. Ich seh den nicht. Ja, der kommt jetzt hier grad heran, 10 Meter vor mir. Jetzt brauchst du Yuzak oder nicht? Ich brauch Yuzak. Ja, komm her, komm her. Weißt doch nicht, wo du bist. Dann kommt doch her, wo wir alle liegen. Der wickelt mir zu, ich knall dir gleich ab, Alter. Bin wieder da. Wow, jetzt, hey Leute, jetzt. Da ist noch jemand, da ist noch mehr rückwärtig, wo wir gekommen sind. Wurde ich grad beschossen. Habt ihr es? Martin, ich hab gegenüber der Haltangstelle am Bügel, was zu untergehen soll. Kraftwerk. Der bewegt sich da hinter mir und Para. Hab einen Fullnack, wirkt ein Spieler down. Habt ihr gehört? Hinter uns, den Weg, wo wir gekommen sind. Den Hämstling hab ich. Ist ein Team. Okay. Guckt mal wieder nach einem offenen Feld. Ja, da kommt ein Dreierteam an der Mauer lang. Zu uns. Ja, ich bin da, Dabu. Warte noch, warte noch. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich schliege. Welche Höhe? 100 Meter, 200? Was denkst du? Noch 200, würde ich sagen. Die waren noch ziemlich weit weg. Okay. Wenn du anfangen willst, dann Feuer frei. Krieg dir aber hin, Jungs. Ja. Weiß ich nicht. Ich bin rechts von euch. Ja, die kommen jetzt langsam. Ich bin etwa 2. Die sind Fullnack jetzt. Ich sehe keinen mehr. Noch in den Busch, ja. Lauf nicht direkt. Ich habe zwei down. Ich sehe den dritten nicht. Da ist noch eine Busch-Truppe wahrscheinlich da hinten dran, ja. Oder? Komm, ich push mal ran. Frage, wo der hin ist. Schuss. Der ist doch da, ja. Er lebt noch. Ja. Er ist links von der Straße oder rechts noch? Ja, der ist rechts, hinten im Gebüsch ist er. Er ist down. Er ist down. Drei down. Ich muss nachladen. Ja, ist... Dings raus. Ist raus, oder? Jungs, ich muss mich... Spieler kommen. Zwei Spieler kommen. Wo genau? Am LKT. Feuer down. Nice. Okay, ich komme runter. Ja. Das ist so laut. Brexer, ne? Alter, da kommen wir so lange ran. Mach's ja. Das ist Stonehenge. Stonehenge, ja. Da ist der Spieler da. Na, nur keinen Sichtkontakt, wo wir da. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Nice, nice, nice. Bin vorne an Stonehenge dran. Ja, ich muss mich kurz zielen. Ja, ich muss mich auch kurz zielen. Ich komme jetzt langsam zu euch, vom Zug aus. Ja. Durch den Bäumen. Oh, me, oh, me. Mag erst mal einer. Nein. Oh, das ist schon abbrechen. Einfach schießen, schießen, schießen. Hä? Also, er kann nicht mehr viel haben. Ich bin da auch, ey. Das gibt's doch nicht, Mann. Nice sehen. Ich hab' ihn grad noch ganzes Akazin gedrückt, den Power. Ich glaube, ich hab' ihn down. Mhm. Push ran. Da war noch einer Stonehenge. Ja, der ist grad drin. Nate, geht raus. Achtung. Brenntgranate. Okay, rechts rum. Fuck, der ist fort da, Alter. Ist down, ist down, ist down. Okay, liegen zwei Tote noch. Liegen drei Tote jetzt. Ja, es sind nur noch 40 AP, come on. Der deckt mich fort da. Also, ehgleich. Ah, der fackt. Down. Da rennt was? Hier ist unten aufgegangen. Okay, ja, am Hatschling. Push war halt. Push kommt gleich hochgerannt. Unten drin, ne? Ein Hatschling, ein Hatschling, ein Hatschling. Hinten drin, komm. Rücken, lass mich kurz durch. Haben ihn gut gegeben. Wo ist der? Da trefft er noch. Das ist der. Muss halten. Hab ihn down, hab ihn down, hab ihn down. Hab mich übel gefickt grad. Ja, ich hab durch die Tusch geschossen, Pater. Tut mir leid. Direkt mal mein Stomach gekickt. Oh, mein arme Schwarze. Oh, es war 98. Sind die noch? Nein, es sind zwei Bäume im D. Ja, die laufen hoch. Ja, süß. Einer ist down. Scheiße, du musst mich positionieren. Ich hab zwei down. Meine Quest ist complete, Feuer frei. Alle drei down. Ich hab die Quest. Halleluja. Ja, ich hab echt vergessen, dass da drüben zu spawnen ist. Deswegen. Ich hab Bewegung zwei Mann voll equipt. Hinten aus der Tanker raus. Kann sein, dass sie über die Mauer springen wollen. Oder die kommen am Rohr jetzt zum kleinen Durchbruch. Eins von beiden. Alles klar. Okay, ich aim mir auf die Tür. Siehst du, wenn die drüberspringen? Ja. Okay. Wohle bitte jetzt. Die sind richtig gegiert. Ich hab was springen hören. Stacheldraht. Ja, die wollen da hinten rüberspringen. Ja, einer ist rüber gesprungen. In welche Richtung rennt der? Am LKW. Ich krieg den nicht down. Wo steht der? Wo steht der? Wo steht der? Der ist jetzt unter dem blauen Container. Unter dem blauen Kran. Wann's an? Close, close, close. Ja, am kleinen Durchbruch. Ghosty, kümmere dich um den Kran. Komm, Kran. Hört mich in den. Nein, drüber. Da wo kleiner Durchbruch. Ja, 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 ja. Versteck dich einfach. Ich muss ihn sehen, wenn er reinkommt. Der rennt durch. Zum großen. Hapen down, Hapen down. Okay, meiner am Kran ist noch beschäftigt. Ja, ich muss nachladen. Ich hol mir den. Halt durch, Ghosty, halt durch. Ich seh ihn. Ja, 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 alles gut, alles gut. Jetzt seh ich ihn nicht mehr. Versteck dich. Hapen down. Nice, gut. Gut gemacht. Uh, danke. War es alles gut? Ja, ja. 5000. Körperteil ist schwarz, aber alles gut, ne? Er hat wieder einen Headshot überlebt, ne? Alter, Ford Armor. What the fuck? Deswegen sind die nicht umgefallen. Im Fenster oben. Linkes Fenster. Hapen. Nein, hat nicht. Fuck. Oh, wie überlebt er die Headshots, ey? Ja, hast du das Video nicht gesehen? Der hat ein 6B auf, junger. Jetzt ist er aber vielleicht down. Ey, so viel Blut unten an der Wand. Ey, du sagst, was du ihn eh schon vorhin getroffen hast. Hoch. Ja, ja. Hinter uns ist Bewegung. Beim LKW. Ach, Mann. Das ist nochmal. Ja. Ja. Hat er bei Farid kassiert? Ich nahe links weg. Kann er links erkennen. Low geared auf jeden Fall. Ja, hat er bei der Waffe. Immer zurück. Zwei Mann. Einer down. Beide down. Beide down. Okay. Boah, die haben gepusht, die Wichse. Habt die gar nicht gesehen. What the fuck? Ah, links von Mauer. Also die ersten Räumlichkeiten sofort links, wenn du in den Gang reinkommen würdest. Okay. Also einer war ganz hinten, ich vermute, der kommt über den dritten Stock. Ja, und einer ist gleich links neben uns. Ja, ich sehe den von oben. Habt den, der von oben kam. Ja. Okay. Wir sind auf dem Gang. Ich bin im Treppenhaus. Ich brauche eine andere Waffe. Wo bist du, Herr? Der ist links bei der Hütte. Ich bin jetzt links im neuen Gebiet. Ich muss kurz Bandagen holen. Ja, ja. Ich komme da jetzt auch hin. Alles klar, ich pushe auch mit drauf. Ich bin hinter dem blauen Zaun bei den Silos. Ja, der ist hier irgendwo. Hat mich hart gefickt, Alter. Lauf, Martin. Wo ist er genau? Hier, vor mir. Hab ihn down, hab ihn down. Ja, sauber, sauber. Alter, er hat gefressen. Ich bin schnell in der Bandage. Ja, ist clear hier. Lauf nochmal bis zum Baustellengebäude vor. Ich habe 200 Meter Range. Fuck. Biller ist am Kraftwerk. Okay. Biller ist down am Kraftwerk. Okay. Okay. Liegt immer noch oben im Wald, Jungs. Der Typ da. Buss. Kontakt hinter uns. Okay. Weiter hinter uns. Up and down. Full equipped. Fuck. Das ist was. Was? Bis zum nächsten Mal.